Hallo zusammen, willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Joshua Mashiach. Wir sagen zurück zum Wort, zurück zu Joshua Mashiach. Halleluja. So, ich möchte uns also alle wieder heute ermutigen durch das Wort von Joshua Mashiach. Ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch also freimachen. Halleluja. Herr, danke für diesen Moment. Danke für dein Wort. Danke, Herr, dass wir hier auf dieser Internetseite, in dieser Sendung, dein Wort weiter verbreiten dürfen. Danke, Herr. Im Namen Joshua Mashiach. Amen. So, welches Thema heute? Wie gesagt, ich möchte uns also alle hier wieder ermutigen, weil jedes Mal, wenn ich das Wort hier bringe, werde ich auch dadurch ermutigt. Halleluja. Und wir lassen uns also immer leiten, egal welches Thema. Der Herr, unser Herr Joshua, zeigt uns also immer den Weg und wie wir daraus kommen, gestärkt durch sein Wort. Halleluja. So, der Glaube. In Lukas Kapitel 18, ganz am Anfang, in Vers 1, Joshua, da steht also, dass Joshua gleich nicht sehr, also Lehre gegeben hatte, damit wir, damit wir, damit die Jünger, damit wir, also die, die das also, diese Lehre hören oder lesen, damit wir immer beten sollen und nicht nachlassen sollen. Halleluja. Warum? Joshua wusste ganz klar, also, dass wir, dass die Christen, dass wir die Christen, also immer, wir gehen also durch bestimmte Prüfungen, bestimmte Schwierigkeiten und dann können wir also nachlassen, können wir aufgeben, können wir manchmal einfach müde werden und dann einfach Gebet nachlassen. Und er hat also dieses Gleichnis gegeben. Ich will nicht also direkt ins Gleichnis gehen, aber ich möchte einfach, dass wir alle, alle erkennen, dass unser Glaube, unser Glaube an Joshua, Maschia, unser Glaube an das Wort, unser Glaube an die Wahrheit, immer wieder geprüft wird. Halleluja. Joshua hat nicht gesagt, also, dass das Leben, also als Christ, also sowas wie Kaffeekuchen sein wird, also alles immer Halligalli schön und so weiter. Nein, das hat er nicht, das hat er nicht gesagt. Wir werden geprüft, wir werden also durch Feuer gehen, wir werden Dinge erleben. Und viele werden sogar aufgeben. Aber er sagt, nein, wir sollen beten, nicht aufgeben. Erstmal hatte ich ja so einen Vers in Matthäus, wo war das noch, in Hebräer, genau, Hebräer Kapitel 10, genau, Halleluja, danke Herr, für dein Wort. Hebräer Kapitel 10, ich mach das ja so größer, Halleluja. Hebräer Kapitel 10, ganz, Vers, ganz am Ende von dem Kapitel, das ist im Vers, Vers 38, Halleluja. Hebräer Kapitel 10, Vers 38, da steht, der Gerechte aber wird durch den Glauben leben. Der Gerechte, also derjenige, der das Wort des Herrn angenommen hat, der Christ geworden ist, der sich also entschieden hat, also mit dem Herrn zu gehen. Weil, nicht vergessen, wir waren, also für die Christen, ich meine die, die das Wort des Herrn angenommen haben, die werden gerecht durch Joshua Maschia gemacht. Der Gerechte aber wird durch den Glauben leben. Und da steht also, wenn sich aber jemand zurückzieht, hat meine Seele kein Gefallen an ihn. Liebe Geschwister, die Bibel sagt also hier, dass der Herr, wenn jemand sich also zurückzieht, jemand also ein paar Schritte nach hinten macht, jemand den Glauben, also nicht in den Glauben bleibt, jemand, wie sagt man das, jemand einfach nachlässt, jemand, wie, wie, also irgendwie müde wird, also keine Lust, also irgendwie der Glaube, man wird also schwach, man zieht sich also zurück. Und dann, die Bibel sagt hier, Joshua Maschia sagt hier, meine Seele, er sagt, er hat keine Gefallen an solche Leute. Und dann sagt also die Bibel hier, also im Vers 39, wir gehören aber nicht zu denen, die sich zurückziehen, um zugrunde zu gehen, sondern zu denen, die glauben, um die Seele zu bewahren. Also unser Glaube an Joshua Maschia, der Gerechte muss also in der Glaube bleiben. Der Gerechte, wenn jemand, unser Elohim, gefallen wird, das geht nur durch den Glaube. Ja, das steht also sogar in der Bibel, also im Hebräer Kapitel, immer noch im Hebräer Kapitel 11, Vers 6, genau, da steht im Vers 6, Es ist also unmöglich, ihm ohne Glauben zu gefallen, denn wer sich Elohim nährt, muss glauben, dass er ist und dass er ein Belohner derer wird, die ihn suchen. Also die Bibel sagt hier, ohne Glauben können wir, ohne Glauben können wir unser Herr Elohim, unser Gott, nicht gefallen. Also wir können unser Herr nur durch Glaube. Alleluja. Also es ist ganz schön, also über Glaube so zu reden, aber wenn man überhaupt nicht versteht, also was Glaube ist, eben, also und wieder in Hebräer Kapitel 11, also finden wir, also die Definition, also von der Glaube. Die Definition von der Glaube lesen wir, also in Hebräer Kapitel 11, also direkt ab Vers 1, da steht, Nun, der Glaube ist eine Grundlage der Sachen, die man erhofft, eine Überzeugung dessen, was man nicht sieht. Es ist also eine Überzeugung, man ist also überzeugt, dass Gott existiert, dass Gott, Gott, das Elohim, Elohim ist. Dass Joshua, Maschia, Elohim ist. Alleluja. Und diese Überzeugung, diese Überzeugung, also wir haben Joshua nicht gesehen. Wir haben Joshua, wie sagt man das so, nicht direkt, also es gibt einige Leute, die ihn also gesehen haben, aber diese Glauben, diese feste Überzeugung kommt nur vom Herrn. Alleluja. Er ist also derjenige, der unser Glaube zu, also der vervollständigt also unser Glaube. Liebe Geschwister. Glauben an Joshua, Maschia, ist also diese feste Überzeugung, die feste Überzeugung, dass Joshua Herr ist. Und das sehen wir hier in Hebräer Kapitel 11. Alleluja. Die Bibel sagt also, dass der Glaube auch geprüft wird. Diese feste Überzeugung, dass du glaubst also, Joshua ist Herr. Du glaubst also, dass die Bibel das Wort ist. Du glaubst also, dass Joshua die Wahrheit ist. Du glaubst, du bist fest überzeugt, du hast diese feste Überzeugung. Aber mein Bruder, meine Schwester, diese feste Überzeugung wird geprüft. Es wird geprüft. Wenn die Leute, also Christ werden, Joshua, Maschia annehmen, denken sie, ja, alles wird so schön. Oh, das ist super. Ja, Himmel auf der Erde. Nein. Nein, nein, nein. Das ist nicht so, was das Wort sagt. Das können wir auch in, lesen wir mal, also in Jakobus, also Jakob, Kapitel 1, direkt am Anfang. Alleluja. Direkt am Anfang, Kapitel 1, glaube ich, Vers 2. Meine Brüder, also da steht sogar Titel, die Prüfung des Glaubens, eine Quelle der Freude. Halleluja. Meine Brüder, seht es als Anlass, ganze Freude an, wenn ihr verschiedenen Versuchungen ausgesetzt seid. Da ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Beständigkeit bewirkt. Mein Bruder, wenn deine Glaube nicht geprüft wird, woher wirst du überhaupt wissen, dass deine Glaube fest sein kann, wenn es keine Prüfung gibt? Ein Auto, also Autos, also die, um zu wissen, dass das Auto eine sehr gute Qualität hat, muss man also erstmal solche Autos, also solche Autos irgendwie getestet werden, geprüft werden, um die Qualität, diese Ware irgendwie zu wissen. Aber sei bitte nicht, also so, ja, ich werde, ich leide, ich habe das, es ist so schwer für mich, und so weit, oh Herr, und weine die ganze Zeit. Wer hat überhaupt gesagt, dass dein, wie kannst du, wie kannst du überhaupt leben, ohne dass deine Glaube geprüft wird? Halleluja. Die Bibel sagt, Vers 4, die Beständigkeit erfülle jedoch sein Werk vollends, damit ihr vollendet und vollkommen seid, dass es euch an nicht mangelt. Halleluja. Halleluja. Also, das heißt, deine Glaube wird geprüft, deine Glaube, deine Glaube, also wenn du sagst, also ich glaube an Joshua Maschia, und dann gehst du raus, dann sagst du, mein Leben ist anders geworden, ich lebe jetzt auf Joshua Maschia, aber sei bereit, mach dich bereit, du wirst geprüft, wir werden geprüft. Halleluja. Und wenn die Prüfungen kommen, dann geben also die Leute einfach auf, die sagen, ich bin überhaupt nicht bereit, ich bin nicht würdig, also mit Joshua zu gehen, ja natürlich, das stimmt wirklich, also wir sind nicht würdig, nur durch seine Gnade dürfen wir weiter mit ihm gehen. Aber ich meine, diese Art, wo man einfach sich, also irgendwie, man wieder so, wie sagt man das, also so entmutigt. Und dann bleibt man also, wo man ist, statt weiter mit dem Herrn zu gehen. Wisst ihr was, nehmen wir mal also die Bibel in, da gibt es die Geschichte von Petrus, Halleluja. Petrus, Petrus, Petrus in Lukas Kapitel, ist das 21 oder 22, 21 oder, ah, Halleluja, Halleluja, Lukas Kapitel 22, das war, das Passamal, genau. Wie war das da, genau, ja, Joshua prophezeit, Petrus seine dreimalige Verleugnung, Halleluja. Liebe Geschwister, lesen wir mal also diese Geschichte in Lukas Kapitel 22, Vers 31. Aber der Herr sprach, Shimon, Shimon, schau, der Satan hat nach euch verlangt, euch zu sichten wie den Weizen. Liebe Geschwister, liebe Geschwister, deswegen, deswegen hat Jakobus, also in Kapitel Jakobus 1 gesagt, er sagt also, schreibt dort, wir werden geprüft. Und da steht ganz klar, wir werden nicht von dem Herrn geprüft, unser Herr prüft uns nicht. Aber die Bibel sagt hier, Joshua hatte Petrus gesagt, du wirst geprüft, weil Satan dich verlangt hat. Du, mein Bruder, meine Schwester, du hast also Joshua angenommen. Sei bereit, weil der Feind, Satan, dich verlangt hat. Und er wird dich prüfen, Fallen setzen, alles tun, damit du aufgibst. Und hier steht, steht also, schau, der Satan hat nach euch verlangt, euch zu sichten wie den Weizen. Oh, und dann sagt er in Vers 32, ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ihr kennt schon also die Geschichte. Joshua sagte, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Aber da viele sind da, oh, Herr, ich bin in die Sünde gefallen, ich habe das getan, ich bin so, ich bin böse, ich bin nicht, 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 ich bin nicht. Und die bleiben da entmutigt und tun nicht und gehen nicht weiter mit dem Herrn. Petrus, der Apostel, jahrelang mit dem Herrn gegangen. Die haben zusammen gegessen. Beiseite, also auch im gleichen Ort geschlafen. Petrus. Er war so fest überzeugt. Und dann sagte er, also Joshua sagte, ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Du also, wenn du einmal zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Halleluja. Aber Petrus. Aber Petrus war so fest überzeugt. Dann sagte er in Vers 33. Er aber sagte zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. So fest überzeugt. So geht das auch mit uns, liebe Geschwister. Wir sind so fest überzeugt. Wir werden, wir werden nicht, wir werden nicht. Ich bin so, ich bin so, ich bin so. Mein Bruder, meine Schwester, leg einfach dein Vertrauen auf Joshua Maschia. Vertraue nicht auf deine eigene Kraft. Vertraue nicht auf deine Person. Vertraue nicht auf was du kannst. Vertraue auf Joshua Maschia. Weil er allein gibt uns die Kraft, vorwärts zu gehen. In dem Glaube zu bleiben. Seht ihr? Er sagte ganz klar hier zu Petrus, ich habe schon für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Nicht aufhört. Also mein Bruder, meine Schwester, du befindest dich also gerade in, du bist so schwach. Du hast da so, du denkst, ah der Herr hat mich ja so verlassen. Du kehrt einfach zurück. Er sagt, das ist da so was, was er zu Petrus gesagt hatte. Wenn du einmal zurückgekehrt bist, kehrt einfach zurück. Kehrt zurück. Joshua weiß ganz genau. Er weiß ganz genau, dass der Feind uns verlangt hat. Er weiß und deswegen hat er für uns schon gebetet, damit unser Glaube nicht aufhört. Halleluja. Damit dein Glaube, meine Schwester, dein Glaube, mein Bruder, nicht aufhört. Dass du trotzdem fest überzeugt, du bleibst also in dieser festen Überzeugung, dass Joshua Maschia immer da ist. Kehrt einfach zurück. Kehrt um. Bist du in der Sünde gefallen? Bist du schwach geworden? Ist irgendwas in deinem Leben passiert? Kehrt einfach zurück, mein Bruder. Kehrt einfach zurück. Petrus dachte, er wäre so stark. Und es ist wirklich passiert. Joshua sagte, ich sage dir, Petrus, Der Hahn wird heute nicht krähen, bevor du dreimal geleugnet hast. Dass du mich kennst. Boah. Wahnsinn. Wahnsinn. Könnt ihr euch vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen? Petrus. Petrus sagte, nein. Ich? Dich? Verleugnen? Ne. Werde ich nicht. Sowas kann bei mir nicht passieren. Nein, 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 nein. Herr, nein. Ich bin, ich, nein, nein. Ich bin dein Diener. Ich kann sowas nicht tun. Nein, 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 nein. Ich? Ne. Nein. Aber der Herr kannte, der Herr wusste das. Und, 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 wisst ihr was? Äh, ja, 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 ja. Wisst ihr, ähm, hier steht, Petrus, also wenn wir ganz unten gehen, es ist, äh, Petrus hatte das, also äh, jetzt, meine, ganz, äh, ganz am Ende von den, oh, wo ist das? Genau, dreimalige Verleugnung durch Petrus, also Petrus, hat das erlebt. Und ganz am Ende, als Petrus also Joshua verleugnet hatte, er sagte, ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht. Und er hatte das erkannt in Vers 62, da steht, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Boah, er hatte geweint. Geweint wie verrückt. Wie ist das bei mir passiert? Wie, ich, der Sohn des Herrn, ich, ein Apostel, ich, ich bin mit Joshua gegangen. Wie könnte sowas in meinem Leben passieren? Mein Bruder, meine Schwester. Nur Joshua, Mashiach ist stark. Wir sind nur in Joshua, Mashiach stark. Wir sind nur in Joshua stark. Wer sagt also, oh, ich bin so stark, ich kann allein, ich kann, nein, 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 ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Schaffst du nicht ohne Joshua? Schaffst du überhaupt nicht, das Wort des Herrn zu tun? Schaffst du nicht? Wir werden geprüft, aber nur, wenn wir in Joshua, Mashiach bleiben. Nur, in Hebräer Kapitel 12 sagt also, wenn wir die Augen, unsere Augen auf Joshua ausgerichtet haben, da werden wir Kraft bekommen. Er wird unser Glaube vervollständigen, perfektionieren, stärker machen. Nur Joshua, Mashiach kann das. Und, wir können zum Beispiel denken, ja, es ist nur bei Petrus passiert. Nein, 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 nein. Geben wir mal also in Matthäus Kapitel, ähm, Matthäus Kapitel 26. Ei, 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 ei. Passa, das Passa mal genau. Joshua prophezeit seine drei, nein. Ja, genau, 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 genau. Hier ist das also passiert, also, die gleiche, diese Geschichte wird auch in Matthäus Kapitel 26 erzählt. Ähm, und da steht, Joshua sprach zu ihm, Amen, Amen, ich sage dir, Vers 34, Amen, Amen, ich sage dir, dass du mich in dieser Nacht, bevor ein Hahn kräht, dreimal verleugnen wirst. Und, Petrus sagt zu ihm, selbst wenn ich mit dir sterbe, sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und, liebe Geschwister, guck mal, lesen wir weiter, da steht, dasselbe sagten auch alle Jünger. Also, nicht nur Petrus, alle Jünger haben auch gesagt, nein, 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 die bleiben, werden dich also nicht verlassen. Nein, nein. Weil Joshua in Vers 30, oh, das habe ich vergessen zu lesen. Joshua in Vers 31, da steht, Matthäus 26, Vers 31, da steht, da spricht Joshua zu ihnen, Ihr, ihr werdet alle in dieser Nacht mit mir fallen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Die, die, die sind da so weggerannt, alle, alle haben Joshua, Maschia verleugnet. Alle. Und wer bist du? Wer sind wir? So was ist also bei Petrus passiert. Ihre Glaube wurde genau in diesem Moment geprüft. Genau, geprüft. Aber Joshua sagt, ich habe euch, ich habe schon, also für euch gebetet. Genau. Ich habe schon für euch gebetet. Damit eure Glaube, damit eure Glaube nicht aufhört. Alle sind weggerannt. Eine, die Bibel sagt sogar, dass eine, hatte sogar sein, 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 sein Kleid gelassen, und ist da so nackt weggelaufen. Alle, oh, mein Leben, ich renne von meinem Leben, ich will nicht sterben. Weggerannt. Und danach alle so richtig deprimiert. Unser Herr wurde, wurde getötet. Und, und, und. Aber Joshua sagte, ich habe schon gebetet, damit eure Glaube nicht aufhört. Joshua hat schon gebetet, damit deine, dein Glaube nicht aufhört, mein Bruder, meine Schwester. Wir werden geprüft. Wer hat gesagt, also, dass wir nicht geprüft werden? Deine Glaube wird geprüft. Aber wichtig, ist, dass du aufstehst und weiter gehst. Kehr zurück, egal was passiert ist. Egal was in deinem Leben passiert ist. Wurdest du also von irgendwelchen Menschen entmutigt oder verletzt? Steh auf, mein Bruder, und geh weiter mit dem Herrn. Halleluja. Wir sagen zurück zum Wort. Zurück zu Joshua Maschia. Wir sagen nicht die Menschen, dass sie zu irgendwelche Gemeinde gehen, oder zu uns kommen, oder zu irgendwelchen Pastoren, oder nein. Wir sagen, zurück zu Joshua. Zurück zu Joshua Maschia. Jesus Christus allein. Er ist der Retter. Er allein kann unser Glauben befestigen. Halleluja. Und deswegen steht also in der Bibel, ohne Glaube können wir unser Herr nicht gefallen. Wisst ihr warum? Weil dieser Begriff, dieser Begriff, also Glaube, auf Griechisch heißt also Pistis. Pistis also bedeutet auch Treue. Treu sein. Treu in Joshua. Egal was passiert, du bleibst treu. Ah, ja, 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 ja. Faithfulness in, 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 äh, auf Englisch. Treu. Fidelität auf und zu sich. Halleluja. Ah. Ah, wie schon, also ich, die, die, die deutsche Sprache ist, also ist nicht, ist nicht einfach. Aber, egal was passiert, egal wie, ob ich, also akkusativ, dativ oder irgendwelche, Fehler mache, ich will das Wort predigen. Ich lebe in Deutschland. Warum soll ich nicht, also das Wort, also auf Deutsch, auf Deutsch, also, äh, predigen? Halleluja. Halleluja. Die Bibel sagt, also, dass wir, wir haben also eine Menge, eine Menge von Zeugen. Halleluja. In Neboja Kapitel 12, wir sollten dem entsprechen, also Vers 1, da wir von einer so großen Wolke an Zeugen umgeben sind, eine große Menge an Zeugen, liebe Geschwister, wer in der, in der Glaube bleibt, wenn man also eine feste Glaube, wenn man also der Glaube bleibt, man wird, also so, man, man bekommt also sowas für eine gute Zeugnis. Oh, warte mal, warte mal, wo steht das noch? In Hebräer Kapitel 11. Ah, damit nicht, damit die Leute sagen, ah, der Typ da erzählt, also wieder ein Schmarrn. Nein, 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 nein. Halleluja. Hebräer Kapitel 11, Vers 1, haben wir schon, also die Definition gelesen. Vers 2, da steht, denn durch diesen haben die alten Zeugnisse erlangt. Bo, 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 bo. Halleluja. Wenn man also in der Glaube bleibt, wenn man also treu in Joshua, Maschia bleibt, egal was passiert, ob es Feuer gibt, ob es also irgendwie Leute kommen und versuchen dich also rauszuziehen. Du kommst immer zurück zum Herrn. Du gehst vorwärts mit dem Herrn. Du bleibst treu in der Glaube. Dadurch kriegst du ein gutes Zeugnis. Halleluja. Halleluja. Die Bibel sagt hier, dass die alten Zeugnisse erlangt. Halleluja. Und in Kapitel 12, ach, das Wort ist so wunderbar. Wir sind von einer großen Wolke ein Zeugen umgeben. Wenn man also Kapitel 11, also Lies, Hebräer Kapitel 11, da werden also viele Leute aufgelistet, Abraham und so. Leute, die diese Glaube erlebt haben, gelebt haben, die fest in der Glauben trotzdem geblieben sind, haben am Ende ein Zeugnis bekommen. Und die sind also irgendwie eine große Wolke von Zeugen geworden und wir sind alle umgeben von diese. Dann kannst du zum Beispiel sagen, ja, der da, Josef, Frauen, also eine Frau ist also zu ihm gekommen. Er ist festgeblieben in der Glaube. Er ist sogar weggerannt. Nein, das heißt, ich kann das auch. Ich schaffe das auch. Es ist möglich. Halleluja. Es ist möglich, egal welche Frauen, welche Männer kommen und versuchen dich also in den Umzug zu bringen. Es ist möglich. Es ist möglich, Nein zu sagen und fest in der Glaube zu bleiben. Halleluja. Halleluja. Die Bibel sagt hier, ich lese das weiter. Oh. Wir sind, wir sollten dem entsprechen, da wir von einer so großen Wolken an Zeugen umgeben sind. auch jede Last und die geschickt einwickende Sünde ablegen. Oh, wir müssen die Sünde ablegen. Die Bibel sagt, ablegen hier ist wie beiseite legen. Halleluja. Auf der Seite einverlegen. Das nehme ich nicht mit. Und in der vor uns liegenden Arena mit Beständigkeit rennen. Wir rennen. Wir rennen mit Beständigkeit. Halleluja. Halleluja. Indem wir die Augen auf Joshua richten. Der Urheber und Vollender des Glaubens. Halleluja. Der Urheber und Vollender des Glaubens. Halleluja. Ich glaube, ich werde da aufhören. Halleluja. Halleluja. Joshua bringt unser Glaube. Er ist der Urheber. Der Vollender von unserem Glauben. Er macht unser Glaube fest, beständig. Halleluja. Der feste Glaube. Danke, Joshua Maschia. Mein Bruder, meine Schwester. Hier in dieser Sendung, wir erfahren die Wahrheit über Joshua Maschia. Wer er ist, was er tut. Wir sind nicht dafür, für andere Menschen, irgendwelche Menschen zu erheben. Nein, wir wollen nur Joshua Maschia erheben. Deswegen sagen wir, zurück zum Wort. Zurück zu Joshua Maschia. Egal, was in deinem Leben passiert. Egal, was du erlebt hast. Egal, wie die Menschen dich behandeln oder so. Bleib in Joshua Maschia. Bist du schwach geworden? Steh auf. Bist du, ist irgendwas in deinem Leben passiert? Steh auf. Weil die Bibel sagt also, dass unser Glaube geprüft wird. Ja. Egal, wie. In welches Feuer du gehst. Joshua ist da. Er hat schon für uns gebetet, damit wir, damit wir, damit unser Glaube nicht aufhört. Im Namen Joshua Maschia ich danke meinem Herrn. Amen.